Aber es gibt ja immer ein erstes Mal, das mal als Hoffnungsschimmer für die in blau gekleideten Gäste, die jetzt den ersten Ballbesitz haben. Was sie ja traditionell in den letzten Jahren nicht so gut hatte, war die Defense und da hat Krone schon dran geschraubt, dass es wesentlich härter da zur Sache geht und auch konsequenter verteidigt wird. In seiner zweiten Abzeit beim MBC ein Trainer, der immer mitgeht, an der Seiden-Lidie fast mit verteidigt. Und bitteschön. Die ersten Punkte, das haben wir gesagt. Anschluss ist es. Da sieht man, dass der MBC auch aufs Tempo drücken will und mögliche Ungeordneteilten in der Defense ausnutzt. Hier ein Doe mit dem Dreier. Übrigens, auch das wollen wir nicht unerwähnt lassen, der 250. BBL-Assist. Schöne Bewegung von Mati Brody. Ja, also von einem athletischen Spieler, der wirklich den Ball fängt und Kleinigkeiten macht. Ah, hier das schöne Zusammenspiel. Das ist ein Sama und so ein Malte Dela, aber nochmal freundlich zurück. Entwickelt auch in verschiedenen Spielsystemen. So wie jetzt unser Piedra Grunic gefordert. Hier über die lange ausgestreckte Hand von Chris Gomaci und genau was du gesagt hast. Aber auch wenn sie freebound. Also da bisher gelungener Auftritt und dann der Floater fällt. Und Baldwin. Ja, aber dadurch, dass sie das MBC trifft. Schöner Wunsch. Gute Idee. Ausführung ein bisschen zu flach für Bienen. Und du musst auch gegen den MBC volles Tempo natürlich gehen, damit du dein Spiel so durchsetzen kannst, wie du es gewohnt bist. Gezogen bekam er nicht. Also bei Berlin noch keinen einzigen Dreier getroffen und das sind die leichten zwei für... Auch der klappt. Gab es auf der BWL-Homepage eine schöne Geschichte. Apropos schön. Bied. Nipp. Da sieht man, wie viel Füß da gespielt wird. Wie viel Kontakt da ist. Und jetzt fällt der erste Dreier für Belli Dorlindi. Die große Linde auch... Mit einem stabileren Dreierwurf nochmal eine extra Waffe. Aber der MBC lässt sie nicht abschränken. 10% aus dem Feld für den MBC. Halber ziehen kann. Hilfe nicht schnell genug. Guter Abschluss. Schneider. Gut. Wie spielst du. Jetzt geht es darum, so ein bisschen In-Game-Coaching. Was machen sie und wie spielen wir dagegen? Was sind unsere Optionen? Und das machen beide Mannschaften, glaube ich, ganz gut. Ja, aber da muss Spaniolo besser sein. Da muss er vorm Ball bleiben und sich mit einem Crossover abschütteln lassen. Delo mit Glück. Steal und Re-Steal. Nikic. Und dann mit Kontakt den Schneider. Ja, die hier schon recht deutlich geführt haben, aber dann doch noch verloren haben. Klar, es wird dann das dritte Viertel sein. Nehmen wir mal an, dass... Der Floater für Callison. Und... Boah! Was ein Abschluss. So, der Kicker out, der Dreier frei. Der Rebound wieder beim MBC. Sie machen es gut, sie machen es exzellent, möchte ich sogar sagen. Ja, wirklich. Also, zweite Würfe, dritte Würfe, die sich ja spielen. Baldwin on fire. Baldwin auch wieder drin. Vor allem, ob sie ihr Niveau halten jetzt in den zweiten 20 Minuten. Da ist Baldwin, der geht wunderbar ab, aber da ist der Blockshot von Luis Valindi. Trotzdem, gerade hoch und natürlich, bin ja auch eher ein Spieler für die Position 4-5 gewesen. Ich bin nicht auf, also, von Albers Seite oder von Albers Seite nicht auf jede Situation irgendwie. Ja, das ist auch das ist super gemacht. Wien gegen Edwards. Spaniolo. Und sie haben schon wieder den Blick für den Lopassa. Schwerer Wurf, aber klasse von... Genau. Zwei dumme, ein Gedanke. Zwei Big Men, das zusammen machen. Und das ist das Beste, was du gegen eine Zone machen musst. Das ist, glaube ich, genommen, der eigentlich ein guter Dreierwerfer ist, aber den verteidigt der MBC wirklich extrem aggressiv. Super Pass, Baldwin, der Dreier fällt, der MBC bleibt für Alba Berlin das noch halbwegs zu korrigieren, aber sowieso mitläuft, auch dieser Pass überragend mit dem Gespür. Ist im Zweifel immer physisch bei John Bryant und das ist dann ganz einfach, er macht diese kleinen Dinger. Schön durchgeschickt, Bryant, mit dem Korbleger. Aber ich glaube, ja, offensiv läuft es nicht richtig gut und defensiv auch nicht. Und muss auch sein, der MBC hat einen wirklichen Rausch. Und macht den Korbleger. Ja, überragend gespielt und da braucht man eben nicht fünf Wochen Vorbereitung. Ein ganz simpler Basketballspielzug aus dem Lehrbuch. Und jetzt müsste da schon ein sehr, sehr großes Basketballwunder geschehen, aber so wird das nichts mit dem Basketball. Der Ball gerade eben so rübergebracht und letztlich, auch das wird natürlich ein Faktor werden, wenn sie sich 24 Sekunden Zeit lassen, aber wenn bei den Fenster Albatross zunehmend schwindet. Und auch das ist wieder ein guter Cut, der passt etwas ungenau von Reunig. Oh, schöner Tipp. Und dann ist es Wetzel vorne. Schöner Tipp von Sama, der es, glaube ich, auch wehgetan hat. Aber in der Mercedes-Benz Arena und hat einen richtig guten Nachmittag. Der Dreier und wieder drin. Das ist wie eine Regelkunde. 13. Turnover Alba, da sind sie dann leider aus Alba Sicht wieder bei dem Niveau, was sie auch vorerst hatten. Und der ist sowas von. Boxstark. Callison auch von außen erfolgreich. Also sie scoren alle. Bei Alba scorent keiner so richtig. Heute fallen sie rein. Und es wird gleich die Donutpackung vergeben. Nächster Dreier. Das ist doch unfassbar. Richtig, dann braucht die Zeit nutzen und mal den Dreier versuchen. Muschini findet es auch super. Und da der Blockshot von... Ja, jetzt gibt es zwei Schuss für... Aber hier der saubere Swat. Es wird einiges an Aufbauarbeit und vor allem, ja, dann auch Arbeit gefordert sein. In voller Härte rangehen, da doch noch ein bisschen. Das spricht einfach gegen seine DNA. Jetzt ist diese Partie vorbei. Bei Alba Berlin verliert zum allerersten Mal daheim.